Wir sind total im Kürbisfieber. Diese süßen Wollkürbisse sind easy selbst zu machen und auch für Häkelanfänger schnell gemacht. Dazu macht ihr euch eine Luftmaschenkette aus 12, 17 oder 22 Maschen, also immer 5er Schritte plus 2 und eine Reihe Stäbchen zurück. Dazu einen Überschlag auf die Nadel machen und in das hintere Maschenglied der dritten Masche einstechen. Das Garn holen, durch die Masche ziehen, wieder das Garn holen, durch die ersten beiden Schlaufen auf der Nadel holen, noch einmal das Garn holen und durch die restlichen beiden Schlaufen ziehen. Und jetzt in jedes weitere hintere Maschenglied ein solches Stäbchen setzen. Am Ende in eine Luftmasche und umdrehen. In der nächsten Reihe macht ihr eine feste Masche durch beide Maschenglieder der ersten Masche, stecht erneut in das Loch, holt das Garn, sodass zwei Schlaufen auf der Nadel sind, steckt es in die nächste Masche, holt das Garn und zieht es durch beide Schlaufen auf der Nadel. Dann wieder ins selbe Loch stechen, Garn holen, sodass zwei Schlaufen sind, in die nächste Masche stechen, Garn holen und durch beide Schlaufen ziehen. Ins selbe Loch, Schlaufe holen, in die nächste Masche, Garn holen und durch beide Schlaufen ziehen. So entsteht dieses Rippenmuster und am Ende setzt ihr eine feste Masche in die letzte Masche, macht zwei Luftmaschen und dreht das Ganze wieder um. Jetzt folgt wieder eine Reihe ganzer Stäbchen in das hintere Maschenglied jeder Masche bis zum Ende, da eine Luftmasche, umdrehen und dann wechselt ihr das wieder mit dem anderen Stich. Diese beiden Reihen wechselt ihr ab, bis ihr 8, 13 oder 18 solcher Rippen habt, endend mit einer Reihe ganzer Stäbchen. Dann legt ihr das links auf links und häkelt Ende und Anfang zusammen. Dafür durch die beiden inneren Maschenglieder stechen, also das hintere der oberen Schicht und das vordere der hinteren Schicht, das Garn holen und durch beide Schlaufen ziehen. Mit dem Anfangsfaden und einer Stopfnadel nähen wir jetzt den Boden des Kürbisses zusammen und zwar geht ihr mit der Nadel durch jede Masche, fädelt da rein und zieht den Faden dann zu. Den Faden vernähen und dann wird eine Füllwarte gestopft, bis er richtig schön voll ist. Und dann schließen wir auch oben. Dazu setzen wir eine Reihe feste Maschen rundherum und lassen dann ca. 50 cm Garn zum Zunähen. Um die typische Kürbisform zu bekommen, setzen wir jetzt noch eine Naht in jeden zweiten Zwischenraum. Dazu mit der Nadel in die Maschen fädeln, unten in der Mitte einstechen und oben in der Mitte wieder rauskommen und festziehen. Das macht ihr jetzt in jedem zweiten Zwischenraum und dann könnt ihr den Faden vernähen und abschneiden. Zum Schluss kommt noch ein kleines Stöckchen oder eine Zimtstange in euren Kürbis durch die Mitte in das Loch und schon ist er fertig.